Let's play Craft the World, die große Bier-Folge. Hoffe ich, dass es die große Bier-Folge wird. Ich habe mir vorgenommen, Bier in dieser Folge brauen zu lassen. Bier in dieser Folge brauen zu lassen. Das klingt ein bisschen holprig. Ich möchte Bier brauen in dieser Folge. Ich möchte, dass meine Zwerge endlich Bier trinken können. Denn, das weiß ich noch, die bewegen sich dann halt sehr, sehr viel schneller. Wir haben hier so ein neues Turret, das ist ganz cool. Also so ein Geschützturm, der schießt von alleine. Wir bauen mal noch ein Stahlschwert, es kommen bestimmt später noch dickere Sachen. Ich bin immer zu geizig, das ist ganz schlimm. Ich habe noch so ein, ich weiß nicht, zwei von den gleichen Sachen, helfen die wohl? Eigentlich nicht, ne? So, mal gucken. Ich habe übrigens mittlerweile herausgefunden, was man machen muss, um das Spiel durchzuspielen. Man muss Portalteile zusammen sammeln, scheinbar. So, wo ist denn jetzt das zweite davon? Wo gehen die hin? Kann man die nicht abbauen, oder was? Habe ich die jetzt einfach immer zerstört? Ne, das kann doch nicht sein. Ich habe doch letzte Folge so ein Ding in Auftrag gegeben. Eins habe ich hier hingestellt. Und jetzt habe ich ja auch scheinbar wieder einen Bogen, um das zu machen. Komisch. Hm, bauen wir noch einen. So, dann gucken wir mal weiter. Was brauchen wir? Ich habe unten links noch so einen riesen Auftrag gegeben. Wir brauchen noch hier so Geraffel. Ach, das habe ich auch alles schon gebaut. Dann bauen wir noch einen Eisenzaun. Super, damit dürfte das fertig sein. Verteile ich das auch mal. Zaun war ja nicht so gut. Käfige. Käfige waren richtig gut. Hm. Hier die alten Sachen. Weg. Ja, die Lampe kann auch weg. Die Blumen können auch weg. Das hier auch alles weg. Die Zäune sind auch nicht so super sinnvoll. Ach. Hm, boah. Das muss alles weg. Auch weg. Nein, nicht Steinmauer. Einfacher Zaun. Das ist Mist. Das, der Geschützturm da ordentlich drauf ausrasten kann. Hier ein Eisenkäfigchen. Das finde ich gut. Und hier ein Eisenkäfigchen. Dann da auf jeden Fall noch einen. Lieber da. Abbauen machen die Zwerge irgendwie gerne, ne? So, was habe ich hier noch für neue Fallen? Eisenzaun. Ach, hier diese Schnappdinger. Schnappdinger. Ährenfallen sind sie. Wie heißen sie hier? Fangeisen. Ja, das klingt so, als wäre es das richtige Wort. Hier noch richtig Schnappen hin. Schnappen machen. Auch nicht. Stehen Pilze im Weg. Dann was gleich dann. Aha. Da kommt unser neuer Geschützturm. Ah, hier. Das ist das erste Mal. Sind beide Schmieden im Einsatz. Das ist doch wirklich nicht schlecht. Vielleicht bauen wir dann hier oben noch so einen Geschützturm drüber, dass sie dann halt die richtig unter Feuer nehmen können. Weil der fertig ist. So, weil das fertig ist, müssten wir quasi ein Level abhaben. Jep. Sehr gut. Jetzt können wir Meisterkonstruktionen machen. Oh, Eisenluken und Eisentür. Machen wir mal ein Schloss. Zwei. Eisentür. Die sehen natürlich auch richtig cool aus, ne? Ah, Eisenerz. Ordentlich gefarmt. Das ist gut. Wir wollen ja auch in nächster Zeit in die nächste Stufe. Was soll der Geertsbaum? Direkt zwei. Diese Luken sind eigentlich nicht so wichtig. Kegelzaun. Kegelzaun. Was? Oder macht er die Gegner wohl auch? Fände ich ihnen natürlich nicht schlecht. Da ist natürlich auch wieder Eisen drin. Und das Spitzbogenfenster. Ei, 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 ei. Fancy gehen die Fancy-Zwerge zugrunde. Mhm, mhm, mhm. Ach, es sind aber auch direkt zwei. Gibt es da noch was Neues? Eisenluke. Nicht so dolle. Was gab es noch? Das Fenster und den... Ach, die Ziegelmauer. Ja, doch. Das ist doch... Da können wir doch jetzt mal richtig Power-Gamen. Fast. Nimmst nur den... Jetzt haben wir ja ohne Ende Wasser und so. Quatsch. Ist ja kein Problem. Brauchen wir aber Ziegel. Ziegel haben wir ja noch. Hä? Was brauchte ich denn dann? Ach, Ton. Trottel. Ton, 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 Ton. Da Ziegelmauer können wir jetzt. Dafür brauchen wir jetzt Ziegel. Ziegel, Ziegel und Ton. Ach so, soll das dann der Mörtel sein? Damit ballern wir das? Ach, zu. Fertig. Ja, ach, das war einfach. Das war ja wirklich einfach. Und wir haben jetzt dadurch auch... Ziegelmauer haben wir jetzt nicht... Was habe ich jetzt so viel gebaut? Ziegel habe ich gebaut. Wir müssen erst gebaut... Hä? Habe ich denn jetzt gerade so viel produziert? Hallo? Ah, Ziegelmauer. Doch, schon fertig. Doch. Was gibt's Neues? Das Metallrad. Ein Bestandteil für Bergbaulohren. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich wirklich cool. Was haben wir hier? Schienen und Lohren. Eieiei, da müssen wir natürlich auf Dauer auch noch ein Lohren-System bauen. Dickes Sofa, eine Glasvitrine. Das Luxusbett. Ach, ich wusste nicht, dass noch eine Bettstufe... Aus Stahl, Stoff und Wolle. Zwölf Komfort. Eieiei. Das ist natürlich krass. Na komm, eins bauen. Eins haben wir... Können wir uns gönnen, oder? Nein, nein. Stahl, Stahl brauchen wir. Wir wollten ja eigentlich... Ich wollte nicht Mitril... Uh, die guten Mitril-Baren. Ein Luxusbett bauen. Und was geht... Da sind wir! Das Bier ist am Start. Ich raste aus. Das ist natürlich mega gut. Ich hatte es angekündigt. Es wird die Bierbrauer-Folge. Das ist natürlich richtig cool. Haben wir... Dann den zweiten Geschützturm endlich. Wo ist er denn hin? Da. Der soll eigentlich noch gebaut werden. Ach, da oben. Ha! Hätte ich es geahnt. Ja, ich will immer in den Folgen... Ich will nicht ganz so viele Menü rumhängen immer. Aber das ist mit den zwei Schmieden immer eine geniale Idee. Ich weiß nicht, ob es Tim oder Michi waren. Auf jeden Fall Freunde von mir. Hat mich darauf hingewiesen, dass ich das doch bitte machen soll. Das ist wirklich, wirklich schlau. Wollte man schon fast drei von brauchen. So, ihr seid hier noch fleißig im Abbauen. Ja, Eisen... Weiß ich nicht, wie lange wir das noch brauchen, aber... Schadet ja auf jeden Fall nicht. Und wenn die Zwerge was zu tun haben, ist das ja auch nicht. Bauen wir das hier alles mal ab. Sonst ist dann ja sogar da, was reinzusetzen. Auch noch. Da und da auch. Das ist doch hier schon mal wieder ein ganz schöner Stollen. Tolle ist uns ausgegangen mal wieder, ne? Haben wir auf der Autobahn irgendwo noch Schafe... Um zu scharfieren. Komm. Rechts. Zack, auf zu Hause. Und... Links. Kann ich da jetzt immer hinspringen. Oh, hier ist natürlich auch noch unglaublich viel Eisen. Portal, ja. Kürzen wir das ab, ne? Schön hingraben. Wir müssen ja eigentlich auch noch dieses Portal an sich finden, also... Das richtig Portaliges habe ich ja noch nicht gefunden. Boah, das ist ja mega viel Eisen. Voll gut. Wir graben uns dann oben noch runter. Da. Obwohl, dann haben wir bestimmt... Was machen wir dann aber dahinter, glaube ich, wieder zu, ne? Weil sonst vielleicht da Viecher reinfallen. Das wollen wir ja nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Was jetzt? Was ist denn hier schon wieder los? Johnny, du rallst das doch wieder nicht. Ich sehe das jetzt schon kommen. Aber wir machen das selber. Sonst rallst du doch wieder nicht, was hier Phase ist. Und hier schon wieder alles ersetzen. Oh, Mana, wir müssen mal aufsteigen. Aber es geht ja hier auch klar. So, ist endlich unser zweiter Geschützturm fertig. Das wäre wirklich gut. Sind wir wieder auf dem Stand, auf dem wir schon vor Ewigkeiten waren. Ah, geschütten. Die Schießscharten haben wir noch. Da muss ich noch rausfinden, wie die gehen. Mal gucken. Steinschießscharte. Dieser Zusatz zu den Burgmauern ermöglicht es, Zwergen aus der Deckung anzugreifen. Mhm. Rallen die das denn auch? Weil schlau sind die ja nicht. Muss ich das denn hinbauen? Man, da steht jetzt ja das Schießschatending schon. Also das ist das Turret. Kann das ja wahrscheinlich nicht einfach irgendwo hier vorstellen, oder? Oder laufen, sind die ja doof genug, dass die dann da reinlaufen. Wäre natürlich cool. Zack, da steht endlich unser zweites Turret. Ich weiß ja nicht, ob die Zwerge dann wieder noch durchkommen, ne? Ja, die kommen da durch. Au, das ist natürlich cool. Dann können die dahinter halt richtig cool in Deckung gehen. Oh, das finde ich natürlich ganz geil. Okay, wir werden, wir werden langsam gehen wir mehr ab. So, jetzt kann ich mal wieder ins Menü. Hier. Liebe Freunde, endlich gibt es Bier. Wasser, Weizen, Fass. Zack, fertig, Bier. Voll geil. Das macht nämlich unsere Zwerge schneller. Besser hatte ich ja in weiser Voraussicht schon ein paar gemacht. Wir ballern jetzt hier einfach 100 Bier raus. So, mir egal. Machen wir noch ein Deko-Weinfass. Auch schön. Oh, es gibt auch noch die große Kochstelle. Das ist natürlich gut für unsere Kochvorhaben. Gucken, ob wir noch ein... Gucken, ob wir noch ein... Was brauchen wir denn da für... Ziegel, ein Topf. Ein Topf soll ja nicht das Problem sein. 100 Bier sind in Auftrag. Sehr gut. Fällt mir. So, Ziegelmauern haben wir ohne Ende. Kann ich gleich auch mal ein paar von verballern. Topf, dann... Oh, die sind fast aus. Stimmen brauchen wir ja nicht mehr. Und da wird die Kochstelle gebaut. Sehr cool. So, ein Topf ist noch neu. Können wir auch mal gleich mal Runde brutzeln. Geht wahrscheinlich bald das Wasser aus. Pflücken. Lieben Gruß an Gerrit an dieser Stelle, der sich drauf aufgeregt hat. Nicht aufgeregt hat, ja. Der es witzig fand, dass ich gesagt habe, man könne Dreck pflücken. Das ist das. Und... Ah, Tee. Der macht, glaube ich, dasselbe. Sieht anregen. Zwerge können dadurch schneller laufen. Das können sie aber durch Bier auch, ne? Die Produktivität verbessert sich. Oh, dann brauchen wir aber auch noch Tee. Der klingt ja auch richtig cool. Ich dachte, die würden von Bier schneller laufen. Wurzeln und Bären. Das finde ich ja auch alles sinnvoll. Schneller laufen finde ich halt mega gut. Schauen wir mal... 40. Ah, das ist das Wasser, das ist nicht schlimm. Schauen wir jetzt hier uns... Ah, da oben wird die neue Kochstelle gemacht. Die machen wir dann hier unten hin. Ich hoffe, die passt da hin. Dann lasse ich die alte sogar auch stehen. Oh, wir haben ja auch jetzt das King-Size-Better-Spawn. Schauen, ob das cool ist. Hackern. Hier kommen die... Ah, da können wir mal gucken, wie gut unsere Abwehr... ...eine sind. Und wie gut das jetzt funktioniert. Und ob die die Schießscharten nutzen, ist natürlich auch spannend, ne? Oh, da haben sie wohl unseren Deckel kaputt gehauen. Boah, das klappt ja ganz gut, oder? Ob die wohl durcheinander... Also, ob die da durchschießen können, wenn da zwei stehen. Das wäre natürlich cool, weil ich hätte davon schon gerne zwei. Und ob die Schießscharten funktionieren, wüsste ich halt auch gerne. Das sieht aber auf jeden Fall schon ziemlich cool aus, finde ich. Haben wir die neue Kochstelle schon am Start? Ne, die ist noch unterwegs. Ah, er boinkt sie gerade nach Hause. Gut, 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 gut. Tun zu viel. Ach, nein. Oh, ich bin... Dass die das nicht rallen, ne? Die haben den Auftrag, die müssten halt nur das Loch machen. Ja, ich weiß, ich war das wahrscheinlich wieder selber. Aber das nervt mich. Warum rallen die das nicht? Die haben den Auftrag und so viel KI wird doch wohl drin sein. Oder? Das ist jetzt wieder zu gemein. Ich finde nicht. Sieht ja richtig gut aus hier, eisentechnisch. Nicht ins Dunkel bringen. Oh, wüsstern sitzen. Natürlich wahrscheinlich wieder tausend lange, das da aufzubauen. Aber das ist nicht so super eilig. Also schon, wir wollen ja... Ii, 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 das ist ja richtig cool. Ne, nicht Bauererde. Aber... Aber bitte muss Erde rein. Da hinkommen. Ah, das kriegen die wieder nicht bald hier, ne? Hier ist ein Ersetz... 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 Oh, das wird gut. Das wird gut. Das wird gut. Wenn wir jetzt noch... Jetzt noch genug Mana für ein Portal hätten, wäre das natürlich noch viel cooler, ne? Hier ist man auch noch nicht weitergekommen. Okay. Haben wir genug Mana für ein Portal? Tatsache. Jungs, macht das mal... Imps reicht es leider nicht. Mal schauen, mal schauen. Wird jetzt hier... Da wird schon ordentlich Bier gebraut. Das ist cool. Dann schauen wir mal... Ob wir die große Kochstelle hier irgendwo unterkriegen. Schrank im Weg. Aber schade. Dann erstmal entfernen. Hier kommt das neue Super King-Size-Bett hin. Ich dachte, die alten wären schon cooler. Das ist natürlich echt ein Eger. 65. Nicht schlecht. Wie viele Köche haben wir denn? Eins. Einen Koch haben wir nur. Wem wird das da noch passen? Schwimmer und Magier? Kann doch auch Koch sein, oder? Parallel. Haben wir denn noch einen? Tischler, Magier, Müller, Kletterer. Zimmer, Bogenschütze. Werkerbeiter. Leider nein. Ja, gar nicht. Ich merke gerade schon wieder, ich habe diese coolen... Schnellreise-Dinger gebaut. Man nutzt die nicht, ne? Das Koch? Kochbuch. Okay. Ich glaube, jetzt halt mal eine abholen. Ah, jetzt gibt es erstmal wieder Tee statt Bier. Na gut. Ah, das ist aber auch schon mal superass. Ey, der ist aber super langsam hier mit seinem. Da. Oh, nein. Das wollte ich nicht. Aber da kommt noch jemand zu, das Wasser hier zu sammeln. Gibt leider nicht beides auf einer Stelle. Denn für Bier und so brauchen wir ja mehr Wasser. Bier und Tee halt auch. Aber haben wir nicht eigentlich, was ich gerade frage? Wir haben doch Mana-Tränke gemacht, ne? Ja? Oh, Alexi der Auslöschung. Was ist denn cool? Ah, kann man den Zwerg alle Fertigkeiten vergessen? Wenn ich das Mana-Alexi... Das kann ich für mich benutzen. Das ist natürlich cool. Vollern wir uns mal ein paar rein. Und sehen zu, dass das hier nicht unsere Zwerge machen müssen, sondern unsere kleinen geflügelten Lakaien. Das war viel praktischer. Oder? Das ist doch schon... Das ist ein ziemlich guter Plan, wie ich finde. Wo habe ich denn eigentlich meine... Eben ja Gerüste abgebaut. Ich hatte die doch noch irgendwo anders hingestellt. Ich habe mal angekündigt, ne? Dass ich das als Problem sehe. So, hier. Zack. Bösewicht 1. Da sind sie. Bux. Hier ist Silber. Das brauchen wir gerade nicht. Das läuft doch ganz gut. Ich bin gerade sehr zufrieden hier mit dem. Mal bei... hinbauen. Dann das kann ich. Schön, 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 schön. Auch. Dann können sie tatsächlich auch hier oben dran. Ja, das gefällt mir gut. So, und wir wollen es ja üben. Zu Hause. Ah, super. Die Imps transportieren das Bier. Kinder, was wird das schön. Haben wir eigentlich schon noch einen größeren Tisch? Wir haben hier kleine Tische. Da, der Tisch mit Tischtuch. Als hätte ich es geahnt. Nicht Papier. Stoff. Wetter. Wetter. Oh, das ergibt ja auch wieder Sinn, ne? Von der Konjunktion her. Machen wir noch einen Tisch mit Tischtuch. Dann brauchen wir noch mehr Stoff. Gleich zwei. Händen wir nix. Kommen wir nämlich auch direkt da an. Ah, das muss ich noch aufbauen. So hin. Bestimmt noch größer. So, zwei Stück davon. Ja. Boah, das ist natürlich ein schniekes Ding, ne? Oh, den müssen wir fangen. Nee, wir können den wirklich fangen. Wir können ja drei Schafe haben, oder? Ich glaube, das passt vom Platz her. Werden wir den noch ein? Dann können wir die öfter scheren. Die Frage ist, wie weit er jetzt rennt. Kollege, wie weit rennst du? Was ist der Plan? Hm. Tausend weit rennst du. Du rennst ja nur maximal bis hier. Wenn du wieder zurückseufst, fangen wir dich hier. Egal. Weil wir können ja... Da waren ja eben vier Hühner und zwei Schafe. Adam und dem Riesen müssten das ja dann auch drei Hühner und drei Schafe sein können. Dann können wir mal einen Huhn schlachten. Sonst sollte das gehen. Hatte ich nicht auch noch so viel Ziegelmauer? Genau. Das ist ein bisschen schöner hier. Da müssen wir gleich mal gucken, wenn sich immer jemand um den Tisch bemüht. Da ist gerade was angekommen. Ein Buch. Ich wollte doch noch einen Koch haben. Ja, Magier-Koch. Bogenschütze-Fischer. Auch noch Jäger werden. Krieger-Bergarbeiter. Nee, der soll Bergarbeiten. Krieger-Schmied. Nee. Ja, Magier. Der kann auch parallel wieder Koch werden. Hier, weiter, weiter. Holzfäller-Krieger-Schmied. Können wir noch irgendwo hier einen Bergarbeiter unterbringen? Krieger-Schmied. Hm. Bergarbeiter. Bogenschütze-Fischer. Ach komm, dann. Warte, das ist witzig. Hatte ich nicht einen, der hier noch totalen Müll in der Hand hat? Ja, ne? War noch was Besseres? Nee. Bitte. So, ich hab ja Bier versprochen. Oh, die Folge ist ja schon wieder zu Ende. Ei, da muss ich jetzt aber auf jeden Fall noch wenigstens einmal Bier auf den Tisch stellen. Auch wenn ich es gleich wieder wegreiße. Es ist die Bier-Folge. Oh, zapft is. Jetzt haben die Zwerge Bier. Wunderschön. Das war eine schöne Folge. Ich habe ausnahmsweise tatsächlich mal geschafft, was ich vorhatte. Äh, nächste Folge gucken wir, was das Bier mit den Zwergen macht. Ich danke euch fürs Zugucken. Und, äh, oh, der vergeht sich schon dran. Ja. Ja, 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 der kloppt ja richtig. Da! Und wie er rennt! Ha, ha! Bier ist ja mega gut. Guckt euch das an. Im Laufschritt. Im Laufschritt ist unterwegs. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, wie immer, bis gleich. Ne? Und, äh, wie immer, bis gleich. Und, äh, wie immer, bis gleich. Und, äh, wie immer, bis gleich. Vielen Dank.